Ein sauberer Haken im Boxen ist aus der nahen Distanz, von sehr nah mit einem sehr engen Ellbogenwinkel. Also ich bin hier, Ellbogenwinkel nah und dann drehen. Ungefähr so. Von da, wupp, 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 wupp. Und dann, hopp, 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 hopp. So sollte ungemein ein Haken geschlagen werden und ich bekam Kommentare einige, hey, der bleibt da niemals stehen. Erstens, im Boxen ist immer Timing. Niemand bleibt stehen. Man erwartet den Moment. Ich weiss, wann er in der Distanz ist. Zum Beispiel, du bist ein bisschen her, raus, hopp, hopp, unten, wupp. Mega einfache, grundsätzliche Kombo, wupp, 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 wupp und wupp. Rechts, unten, links, wupp und wupp. Der Kommentar war auch, ja, weil ich es zu nahe. Und ich bemühe mich jetzt nicht, Mike Tyson Videos rauszuholen, wie er genau das macht. In der extrem nahen Distanz, Peekaboo, extrem enger Ellbogenwinkel und dann den Haken von da. Ich bemühe mich auch nicht, Videos herauszunehmen von Freddy Roach, dem besten Boxtrainer der Welt, wo er sagt, dass ein sauberer Haken immer innerhalb von 90 Grad Winkel ist. Und dass sobald du weiter weg bist als 90 Grad, dass der Haken nicht mehr sauber ist, sondern dann eher ein Schwinger. Sondern heute bemühe ich den alten Jack Dempsey in seinem Buch Championship Boxing. Und da sehen wir die Darstellung des Hooks. Und auch hier, wo er sagt, viele verwechseln den Schwinger mit dem Haken. Und weil der Schwinger, der ist von weit aussen, wupp, der geht weit, lange Distanz. Long Hook ist nochmal was ganz, ganz Schwierigeres. Und er sagt, sie ist zwischen Leben und Todunterschied zwischen diesen beiden Schlägen. Der Unterschied ist, bei dem Hook ist der Ellbogen scharf gebogen, sharply bent innerhalb. Okay. Freddy Roach hat es auch mal so schön gesagt, bei einem sauberen Haken, wenn die Faust verfehlt, trifft der Ellbogen. Okay. Das erinnert uns an die Szene vielleicht, wie Rocky Marciano, der ungeschlagene Schwergewichts-Boksweltmeister, wie er Joe Louis ausgenockt hat. Eben genau so. In-Fight, Kopf an Kopf. Der Haken geht ein bisschen raus. Wupp. Louis hat den Kopf ein bisschen weggezogen. Es geht um ein paar Zentimeter und dann BAM! Ellbogen voll auf den Kiefer. So wird halt in hohem Level geboxt. Der Schwinger sei der natürlichste Schlager, aber hier geht es um den Haken. Ihr seht auch hier, ganz eng gemacht, enger Haken. Bespricht hier Unterschied. Haken da. Und hier wieder, sharply bent. So bringen wir die Powerline. So bringen wir echte Wupp, echte Power in den Haken mit einem sehr engen Winkel. Deshalb sage ich auch immer, dass man...